Ja, ja, ist okay. Der ist halt an der Front, ne? Das ist wie ein Stippe die ganze Zeit. Uah. Ich weiß halt nur nicht, wie stark der Lebensenergieentzug ist, ne? Weil man damit jetzt großartig was reißen kann und sich auch retten kann und vielleicht sogar Gegner töten kann. Das war ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Ah, bin ich ein bisschen in die Kohl. Also, diesgegen liege ich da eigentlich ganz gut. Weil die hat ne relativ schwache Waffe. Aber vollautomatisch. Relativ zielgenau. Und vor allem, ich könnte theoretisch, wenn ich Bock hätte, noch die Zeit verlangt haben. Da hab ich nicht mitgedacht. Jetzt haben wir viele Krieg kommen denn davon noch. Au. Ja, ich hab's gesagt. Ey, Carlo, hilf ihr! Hier, die ist mal kaputt. Ah, Kontrollpunkt erreicht. Schön. Ja, ich hab dich da eigentlich liegen lassen. Eigentlich war es mein Fehler. Aber ist nicht schlimm. So, ne, komm, wenn dann... Nehmen wir die Gatlinger natürlich wieder. Ich find das so geil, dass er einfach ne kleine Pistole hat. Blut und Dreck. Alles wie gehabt. Wie gehabt. Den hab ich grad schon... Das ist... Jetzt ohne Scheiß. Das hier ist so Cliff Barker, ne? Es gab für... Oh Gott. Auch von McFarlane... Äh, McFarlane's Toys. Äh, ich hab da früher relativ viele Actionfiguren und sowas gesammelt. Da gab's auch nämlich extra so ne Hellraiser-Serie. Die sah wirklich genau so aus. Immer irgendwie aufgespießt mit Ketten und keine Ahnung was. So, gucken wir erstmal, was hier so abgeht. Ne, ist schon wieder die Explosionsviecher, Alter. Hier, ich bin Hunger. Schön ist, ich hab da auch keine Restriktion. Ich kann ja nicht die ganze Zeit sporen, wenn ich Bock hab, ne? Also hier, hab ich ja grad schon einen Fliegefliege wieder gesehen. What the fuck? Fuck, warum bin ich denn jetzt gestorben? Fuck. Okay, runter, runter. Shit. Wollt grad sagen, mach erst mal. Spars die erstmal so ein bisschen. Die Fliegefliege sind auch gar nicht so ohne, muss ich sagen. Ich darf mich nicht fallen lassen. Oh, motherfucker. Interessanterweise treff ich den nicht. Scheiße. Und genug Churches im Start. Die ist auch fast tot. Erholen, erholen, erholen. Fuck, alle tot. Ah. Aber was waren da jetzt? Was hat mich denn da jetzt getötet? Wie viele Fliegeviecher waren das jetzt? Ja, natürlich. Weil ich, also ich kann mir vorstellen, das Fliegeviech hat mich halt abgelenkt die ganze Zeit und währenddessen kamen halt diese Sprengspacken immer um die Ecke und haben mich dann kaputt gemacht. Okay, verstanden. Aber ich konnte das Fliegeviech ja auch gar nicht in irgendeiner Form behaken. Das war echt uncool. Bis zu den Knien in Blut und Dreck. Ja, ja. Alles wie gehabt. Genau, wie gehabt. So kennen wir es doch schon hier. Gut, im zweiten Weltkrieg war es nicht ganz so blutig, ne? Aber hier, ich meine, Flussbett, da ist wirklich einfach nur Blut drin, ne? Was erwartet man? Hallöchen! Den kann man eigentlich auch hier den Jones sehr gut verwenden, um halt genauso was hier fähig zu machen. Ja, ich spreng dich ruhig in die Luft. Lebe ich dich gleich wieder. So, gleich mit dir. Konnte Fliege spacken. Auch tot. Die Waffe vom Jones ist, glaube ich, mein Favorit. Hier, beides graues an Todes! Okay. Wo ist der Gardo? Da ist der Gardo. Achso, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht wachschießen. Ja, genau. Fang den Sack. Jawohl. Sehr gut mit dem Blutzauber. Stimmt. Dafür könnte ich eigentlich gut einsetzen, die Church. What the fuck? Ne, 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 Kollege. Kannst du sagen, ich bin safe. Stimmt einfach, Alter. Kann bitte mal jemand den Typ hier hier wiederbeleben? Der da grad tot ist. Höh! Das war keine Absicht. Ach, Jones ist gestorben. Nein, Jones lebt noch. Hier, brenn. So. Was hast du wolltest? Äh. Church. Aber es ist im Geröllberg scheint ein Weg zu liegen. Ach, Kontrollpunkt erreicht. Abbey ist, äh, Black. Richtig? Feiglinge. Was? Bitte? Nur weil ich dich jetzt ausgewählt hab? Geröllhaufen. Von wo kam ich denn jetzt überhaupt? Äh, ja. Gab ich von hier? Na, ich glaub schon. Aber schön, haben wir überlebt. Nice. Hier ist natürlich aber auch der Vorteil, hier haben wir echt ein schön breites Feld, ne? Bin zu oft genug gestorben. Die Fliegeviecher, die sind echt, boah, ne. Die brauch ich nicht. Meinst du, das hier? Ups. Tatsächlich. Das war gemeint. Okay. Äh. Langsam geht's nach unten. Keine Schussviecher. Das ist ja erstmal auch, also zumindest jetzt hier keine mit Maschinengewehr oder sonst irgendwas. Also haben die ja zumindest die Gegner auch so ein bisschen schon... Danke, Simone. Äh. Worm ist das rot? Das macht mir ein bisschen Angst. Bin ich ehrlich. Ne, die Gegner auf jeden Fall schon so ein bisschen den Epochen auch dann noch angepasst. Gehen wir mal hier lang. Hm. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Äh. 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 Okay. Unangenehm, muss ich wirklich sagen Okay, jetzt bin ich immer da, wo ich gerade bin Wirklich, können wir ja ganz ruhig zu den Leer schießen, das ist kein Problem Oh, Wallens Äh, erstmal, okay Und Was ist das da unten? Ach, Nachladen wahrscheinlich, ne? What the fuck? Fuck dein Shit Ich weiß nicht, ob das was bringt, was ich hier tue, um ehrlich zu sein Aber ich könnte auch eher, glaube ich, lieber die Coal nehmen Warte auf Das war, glaube ich, sogar wirklich, das Rätsel ist Lösung Okay, Zeitverlangsamung plus Granate Alles klar Verstanden Weil das sah auf jeden Fall aus, als wenn er verletzt worden wäre Und das sind wieder so, wirklich, auch um so coole Sachen, ne? Das gefällt mir sehr gut Dass die da, äh, so kleinere Also, die sind ja keine Rätsel Ich glaube, ich hab ihn getroffen Aber dass man dann wirklich so an bestimmten Stellen dann auch die Fähigkeiten der Leute Nutzen muss, um halt weiterzukommen Weil ich so ein bisschen nachdenke, wie zum Beispiel, äh, Übernahme von Kriegner Das sind echt coole Sachen, ey Zeitschleife aktiviert Okay, neun zu greif ich nur noch Ja, äh, Coal Wäre wirklich nett, wenn wir mal wieder so Ich hab zwar noch neun Granaten, aber Es sind auch nur noch neun Aktiviere Zeitschleife Granate Vorsicht, Granatenangriff! Okay, was passiert da grad? Er lebt noch Ja, ja, richtig Aktiviere Zeitschleife Wo ist das, Bösewicht? Vorsicht, Granatenangriff! Vorsicht, Granate! Das hat die jetzt nicht mal nicht verletzt, ne? Schade Hm Hm Frage ist, ist das das Rätsellösung? Dann frag ich, wie viele von den Viechern kommen noch Ich hoffe nicht allzu viele Bitteschön Okay, ich töte mich gleich selbst damit, wenn ich so weiter mach Okay, gehen wir zum Delgado einmal kurz rüber Bitteschön Ne, will er nicht, will er nicht Hm Aua Was sind denn Sigile, bitteschön? Ich kenn das Wort nicht Die Sigile Die Munition wird knapp, Simone Wart mal kurz Auf die Sigile Oh, tot Okay Okay Ich freut mich, was so Sigile sind Hm Hm Auf die Medaillons Nicht die Medaillons Ich weiß nicht, wovon er spricht Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht Wo ist das hier? Ah 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 Okay Jetzt macht's auch Sinn Weil ich hab ja mit der die ganze Granate geschmissen Aber immer von der linken Seite quasi Oder von geradeaus Deswegen war es nicht so effektiv Oder deswegen hat er überhaupt noch so lange überlebt Äh, ich sollte vielleicht jemanden nehmen Mit dem ich auch kämpfen kann, wenn jemand kommt Vielleicht der mit dem Scharfschützengewehr durch die Ecke gehe So Ah, kommt, war gut Dankeschön Ja, perfekt Was ist hier drin? Bleib in der Nähe, Billy Ich hab das dumpfe Gefühl Es könnte gleich hässlich werden Jetzt ist hier schon die ganze Zeit Ah 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 Naja, immerhin Wir wissen ja jetzt, was zu tun ist, ne? Okay, nochmal zwei Ach Gott, ich muss noch nachladen Ich weiß nicht, muss ich hier mal ein bisschen weggehen Weil ich seh nichts mehr, leider Äh Mach mal anders Nimm mal Coal Aktiviere Zeitschleife So, dann können wir mich Den hier machen Nachladen, super Ich seh nichts mehr Perfekt In die Mauer Hinter diese Mauer Ah, Dungeon Keeper Dungeon Keeper, wenn ich auch liege immer mal in Let's Play Da hab ich richtig Bock drauf Seit so langer Zeit hab ich da Bock drauf Hab ich damals schon gereizt, als es vor 10 Milliarden Jahren released wurde Was ich bei Kollegen gesehen hab, aber kein PC hatte Okay, ein Sigil noch Wie die Black das genannt hatte Also noch zwei, schade Guck, was ist das Bösewicht? Vorsicht, Granatland Ja Okay, okay, okay Haken wir jetzt uns zu zweit? Wollte sagen, müsste eigentlich schon fast zwei Stück jetzt hier am Spissel sein Jetzt war das auch am Start Wollen wir den einen jetzt mal kurz um? Da Komm, Baby Stehenbleiben Alter Es ist so sch... Es ist nicht so einfach, wie ihr euch... Oh, jetzt hab ich... Jetzt hätte ich getroffen Es ist echt nicht so leicht, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, wie es aussehen mag Alter Weil zum einen die Zielsteuerung von der PS... Von PS3-Controller ist nicht sehr präzise